Ich habe mich hier versammelt, um euch einen vom Pferd zu erzählen, mit hochprofessionellen Notizen, wie ihr es von mir schon kennt, auf einem gebrauchten Briefumschlag, wo meine Monatsabrechnung drin war und ich erzähle euch was über die Spiele, die ich gespielt habe, noch ein bisschen Resümee über meine zwei Wochen Urlaub, das habe ich hier noch drauf stehen, von meinem C64 erzähle euch auch was, ein bisschen was ich geguckt habe und was ich mit meinem Weihnachtsgeld vorhabe und vielleicht noch andere Dinge. Und das Ganze natürlich nach dem Intro, also wenden wir das doch mal ein. Einen wunderschönen guten Morgen, mal sehr guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen nach einem Monat, also zu einem neuen Vlog nach einem Monat. Dadurch, dass ich meine Vlogs quasi so im Monatsrhythmus rausbringe, glaube ich, so grob, kann man das schon fast als Monatsrückblick ansehen. Vielleicht mache ich die da ja zukünftig tatsächlich mal, dass ich mir auch mal über den Monat hinweg Notizen mache, so wie andere YouTuber. Und dann tatsächlich immer zum Ende eines Monats einen Vlog raushaue, also so einen richtigen, standardmäßigen Vlog, nicht ein Vlog mit einem bestimmten Thema. Ich muss hier mal mein T-Shirt zurechtzupfen, wie andere Leute das auch machen. Auf jeden Fall habe ich einen Vlog vor, habe mir nicht im Laufe des Monats Notizen gemacht, aber zumindest, wie ich schon erwähnt habe, kurz vor dem Video. Und ich fange direkt gar nicht mit dem ersten Aspekt an, den ich, also den ersten Punkt, den ich notiert habe, mit dem fange ich nicht an, weil der fällt später noch in die Kategorie, was habe ich so gezockt. Weil ich habe in letzter Zeit für meine Verhältnisse relativ viel gezockt, aber ich habe hier als ersten Punkt, habe ich den Urlaub. Ich bin inzwischen schon wieder eine Woche arbeiten gewesen, also jetzt, wo ich das aufnehme, haben wir Sonntag, den 4. September, glaube ich. Wie gesagt, habe ich schon eine Woche Arbeit wieder hinter mir. Der Urlaub ist eigentlich schon fast wieder vergessen, aber da gibt es eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen, weil in dem Urlaub habe ich, wie gesagt, Finchi besucht. Da habt ihr schon ein Video zu gesehen, wo wir mit Basti gegrillt haben und so weiter und so fort. Dann war ich natürlich auf der Gamescom. Da habt ihr auch schon ein Video zu gesehen und auch so meine Meinung schon zu gehört. Falls ihr das Gamescom Video nicht geguckt habt, oder falls ihr das Finchi Video nicht geguckt habt und das Gamescom Video nicht geguckt habt und das Urlaubsvideo in der Sächsischen Schweiz noch nicht geguckt habt, könnt ihr noch nicht, weil ich es noch nicht bearbeitet habe, mal kurz ein Resümee daraus. Bei Finchi war es wie üblich lustig. Schade, weil natürlich, dass er nicht mehr zur Gamescom gekommen ist. Wir haben dann halt bei ihm ein bisschen gesessen, haben für ihn ein Video aufgenommen, für mich ein Video aufgenommen. Habt ihr beide schon gesehen oder konntet ihr beide schon sehen, weil sie beide schon hochgeladen wurden. Einmal das, wer bin ich, bei mir auf dem Kanal. Wahrscheinlich denke ich eh nicht dran, aber ich erwähne es jetzt trotzdem wie in jedem Video. Wenn ich dran denke, verlinke ich es unten in der Videobeschreibung. Und den Snackcheck, den ich bei Finchi mit aufgenommen habe und auch in einem Vlog, in dem ich kurz bei ihm auftauche, vergesse ich garantiert zu verlinken. Deswegen geht einfach auf seinen Kanal und sucht da nach den Videos. Auf jeden Fall war es wie jedes Jahr wieder lustig. Nächstes Jahr hoffe ich, dass wenn ich zur Gamescom kann, wenn ich zu dem Zeitpunkt Urlaub kriege, dass ich dann wieder mit ihm zusammen auf die Gamescom kann. Mit Finchi und mit Basti und vielleicht auch wieder mit Uschi. Und vielleicht schafft ja Seppi das dann auch mal. Wenn der seine Pläne, die er aktuell so gefasst hat und die da im Hintergrund laufen, umgesetzt hat, dürfte er eigentlich nächstes Jahr mit Uschi zusammen zur Gamescom fahren können. Wäre das mal eine coole Aktion, wenn mal die komplette Nerdiversum-Crew vereint wäre. Aber ansonsten sollte ich zur Gamescom direkt keinen Urlaub kriegen. Finchi fühlt sich schon mal angedroht. Jetzt muss ich Anfang dieses Jahres klären. Also erstmal muss ich herausfinden, wann die Gamescom ist. Dann muss ich klären, wann mein Schicht-Mogul-Mogul-Urlaub haben will. Ob sich das beißt. Und wenn es sich nicht beißt, kann ich zur Gamescom. Wenn es sich beißt, vielleicht kann ich einfach so als Urlaub tatsächlich mal zwei, drei Tage zu dir da runterkommen. Oder wir. Müsste man dann mal sehen. Ist halt alles noch nicht spruchreif. Ansonsten war ich, wie gesagt, nachdem ich von der Gamescom bei Finchi abgereist bin, war ich noch in der Sächsischen Schweiz in Königstein mit meiner Freundin. Habe mir da die Festung Königstein angeguckt und die Bastei. Bei beiden Dingen war das Genießen ein bisschen schwierig, weil ich da mit Höhenangst drüber gewandert bin. Wie gesagt, da kommen mir noch Videoeindrücke. Das Problem ist nur immer, ich habe es festgestellt auf Fotos und in den Videos, die Höhe, das, was man da so live erlebt, das kommt halt im Video nicht rüber. Nichtsdestotrotz steht da noch ein Video zu aus. Also das Material verarbeite ich einfach, das werde ich hier auch hochladen, obwohl es mit Gaming nichts zu tun hat. Sondern so privater Kram, dass ich auch nicht wirklich da gevloggt habe, sondern das echt nur so die Eindrücke sind in Videoformen und Bildern, was ich da gesehen habe. Aber da werde ich noch ein Video zu verarbeiten und euch irgendwann hochladen. So. Dann habe ich als zweiten Punkt hier die Tomb Raider-Sammlung stehen. Die könnt ihr jetzt im Moment dort begutachten. Vielleicht zoome ich an dieser Stelle mal ran oder ich mache noch ein Foto davon oder irgendwas. Also ich habe jetzt von den Spielen, ich habe mir, also vorweg, ich habe mir in den Kopf gesetzt, meine Tomb Raider-Sammlung in Retail, also in Hülle und so zu vervollständigen. Ich habe schon die Titel für die Playstation 1 alle, also Tomb Raider 1, 2, 3, 4 und Revelations oder wie das hieß. Also jedenfalls die fünf Teile, die es für die Playstation 1 gab. Ich habe inzwischen Legend und Anniversary für die Playstation 2 und Underworld habe ich sogar zweimal, nämlich einmal für die Playstation 2 und einmal für die Playstation 3. Das hat sich deswegen ergeben, weil ich mir Underworld für die Playstation 3 geholt habe, wegen besserer Grafik und so. Und habe dann nochmal ein Paket gefunden, wo Anniversary, Legend und Underworld zusammen für Playstation 2 war. Deswegen habe ich das nochmal gekauft. Und ich habe am gleichen Tag, wo ich diese drei Playstation 2 abgekauft habe, habe ich auch Angel of Darkness auf Ebay gekauft. Das war nur das einzige Spiel, das ich überweisen musste. Und da warte ich jetzt, ich glaube anderthalb Wochen immer noch drauf, dass das versendet wird. Ich habe dann fünf Tage, glaube ich, so ins Land oder drei, vier Tage ging ins Land. Dann kriege ich auf einmal eine E-Mail, wann die Person denn mit der Zahlung rechnen könnte. Was sehr witzig ist, weil ich direkt an dem Tag, wo ich gekauft habe, überwiesen habe. Dann kam nur, oh ja, dann muss ich nochmal nachgucken. So, jetzt wieder drei Tage Pause oder vier Tage Ruhe. Ich habe inzwischen vor zwei Tagen schon wieder geschrieben. Was ist denn nun, ist die Zahlung angekommen, wann kann ich mit dem Versand des Spiels rechnen? Da es Wochenende ist und ich keine Ahnung habe, was für eine Person dahinter steckt, gebe ich ihr nochmal die Möglichkeit, jetzt bis Montagmittag, Montagnachmittagabend zu reagieren. Montagnachmittagabend werde ich dann nochmal schreiben. Und wenn da halt keine Reaktion gezeigt wird, dass sie sagt, hier ist kein Geld angekommen oder ich habe es verschickt oder so etwas, dann werde ich wohl nach langer, langer Zeit mal wieder Ebay einschalten müssen. Und das ausgerechnet bei der Auktion, die ich für Überweisungen gezahlt habe. Das heißt, da wird sich das wieder umständlicher gestalten, weil ich da keinen PayPal-Käuferschutz habe. Aber ich hoffe einfach mal inständig, dass sie einfach zu blöd war, oder dass es so eine Person ist, die tatsächlich noch zur Bank rennen muss, um zu gucken, ob das Geld überwiesen wurde, nicht so wie ich, Online-Banking. Und dass sie dann inzwischen endlich mal nachgeguckt hat, das Geld angekommen ist und sie das Spiel endlich mal verschickt, dann hätte ich bis auf Tomb Raider und Lara Croft und, wie heißt das, irgendwas mit Osiris, die beiden Spiele, die es noch gibt, eins davon gibt es sich als Retail nur für PC, habe ich festgestellt. Und den zweiten Abneger, der fehlt mir dann noch, damit ich alle Spiele Retail habe. Und dann bin ich immer noch auf der Suche nach einer Lara Croft-Figur, die relativ kostengünstig ist und auch vernünftig aussieht. Die soll dann halt auch damit hin, beziehungsweise wenn ich das alles so komplett habe, vielleicht auch nochmal mit einem Poster oder sowas, dann will ich hier nochmal das irgendwie anders dekorieren mit meiner Tomb Raider-Sammlung. Denn ich bin damals, naja, aufgewachsen kann man sich nennen, aber das war so eine meiner ersten Berührungspunkte auf der Playstation 1 mit der Tomb Raider 1 Demo, mit der ich mir komplett eine ganze Nacht um die Ohren geschlagen habe. Und irgendwann kam es mir halt so in den Sinn, dass ich da einfach mal Bock hatte, die Sammlung als Retail zu vervollständigen. Und jetzt trinken wir mal was. So, das so viel zu Tomb Raider-Sammlung und zu Ebay. Ich gehe ja nicht über Flowmax, da muss ich ja so früh aufstehen. Dann habe ich hier als nächstes, als nächsten Punkt, den C64 stehen, mal wieder. Und in Klammern ein SD2EIC oder SD2EIC. Denn, ich habe ja letztens eine, jetzt kommt ja noch ein Ausbeute-Video, deswegen will ich nicht zu viel darüber erzählen, aber ein paar C64-Spiele mir gegönnt, unter anderem auch welche Kassette und habe auch das passende Dataset-Laufwerk dazu gekauft. Ich habe drei Spiele ausprobiert, die alle Sammlung nicht geladen haben. Und ich habe auch mir ein Originalspiel für den C64 gekauft und ein paar bekommen auf neuer Disketten. Die habe ich ins Floppy-Laufwerk legen wollen, weil ich letztens tatsächlich einen Prono-2K-Zock-Map C64 machen wollte, aber, ja, irgendwie will mein 1541-2 wohl nicht. Das ist mein Floppy-Laufwerk vom C64. Scheint wohl immer wieder Störungen zu haben. Ich habe damals schon irgendwelche Probleme gehabt, dass die LEDs aufblinken. Und da hieß, habe ich nachgelesen im Internet, da hieß es, das Licht am Netzteil, da habe ich mir ein neues Netzteil gekauft. Einige Spiele funktionierten auch, aber die meisten irgendwie lädt er nicht. Man lädt vielleicht an die, die sich kennen. Ich läge die Diskette ein, sage, load hier, wie was, Anführungszeichen, Dollar, Anführungszeichen, damit ich dieses Inhaltsverzeichnis der Diskette laden kann. Und dann lädt er ein bisschen, und dann kommt dieses dann tackert so das Laufwerk, und das rote Blinklicht geht an und sagt da, nicht gefunden, und so weiter und so fort. Jedenfalls vermute ich mal, dass ich ein neues Laufwerk bräuchte. Und da komme ich halt zu dem Punkt, dass ich mich frage, kaufe ich mir wirklich noch jetzt ein neues, gebrauchtes Laufwerk? Nochmal so eine Santerzette und nochmal ein gut erhaltenes Floppy, die ich mitunter so jetzt gerade gesehen habe, bei Ebay Kleinanzeigen, zum Beispiel für 35 Euro inklusive Versand kriegen könnte. Wenn die funktionieren, wäre das okay. Oder ob ich halt 10 Euro mehr investiere, weil für 45 Euro bekomme ich so ein besagtes SD2EIC, bzw. SD2EET. Und das ist ein Kartenleser. Wenn ich jetzt allerdings so einen Kartenleser für eine C64 kaufe, das ist ja nun inzwischen auch schon gang und gäbe, benutzen wohl auch viele, soll auch viele ganz gut funktionieren, aber dann nützt mir die Diskette nichts. Dann habe ich zwei Spiele auf Disketten, muss mir aber trotzdem nochmal runterladen, um sie auf die SD-Karte zu kopieren. Wobei es auch Hardware gibt, mit der man von den Laufwerken auf SD kopieren könnte, aber dafür müsste ich ja funktionierende Laufwerke haben. Das wäre also sinnfrei. Das ist die Frage, jetzt weiß ich noch nicht so genau, was ich da so betreibe, was ich da mache, ob ich einfach retro bleibe und mir Laufwerke kaufe wieder oder ob ich mir wirklich so ein SD2EIC kaufe. Da steht noch in den Sternen, aktuell habe ich diesen Monat eh ein bisschen viel ausgegeben, weil ich eine unplanmäßige Ausgabe hatte und... Moment, diesen Monat? Ach doch, stimmt, ich hatte diesen Monat schon zwei Ausgaben, weil die WoW Collectors Edition in diesem Monat fiel und eine andere Collectors Edition, aber das erwähne ich alles noch in einem neuen Ersammlung. Ja, jedenfalls... Achso, es steht noch als Unterpunkt zum C64. Ich habe mir nämlich sogar ein Kabel gekauft, mit dem ich jetzt die C64 per HDMI, also mit meiner Capture Box, abgreifen könnte. Das nützt mir aber halt nichts, wenn ich jetzt keinen Spiegel geladen kriege. Also ich hatte mich schon extra noch weiter ausgestattet, damit ich euch das Gameplay vernünftig capturen kann und nicht zwei Kameras benutzen muss. Da wollte das Muss hin. Ja, und jetzt tickt da mal schon wieder rum. Es geht mir langsam ein bisschen auf den Sack, aber vielleicht habt ihr eine Meinung. Was meint ihr denn? Vielleicht sind ja unter euch auch welche, die da Ahnung von haben. Seid ihr der Meinung? Kauft ihr jetzt nochmal für 35 Euro die beiden Laufwerke? Also gebrauchte Laufwerke, die vielleicht funktionieren? Und dann ist gut? Oder würdet ihr zu diesem Kartenleser tendieren und dann kann man sich halt jeden Schmuh aus dem Internet laden? Beziehungsweise man kann auch viele Spiele als Download kaufen. Das wäre natürlich auch ganz interessant. Aber da bin ich... Aktuell weiß ich noch nicht so genau, wie ich das handhaben will. So, die nächsten Punkte fallen schon unter Serien, Filme und Spiele. Deswegen springe ich da erstmal drüber weg und springe hier zu Weihnachtsgeld 2016, habe ich hier stehen. Obwohl ich die 2016... Ach nee, das soll gar nicht 2016 heißen. Das soll 21 zu 9 heißen. Und zwar aus dem Grunde, ich habe, ich überlege schon seit drei oder vier Jahren, glaube ich. Also seit drei Jahren, ich bin jetzt zumindest im dritten Jahr der Überlegung mindestens, mir ein 21 zu 9 Fernseher... Ne, nicht Fernseher, Monitor zu holen. Also das ist so ein Ultra Wide, der quasi die Breite von 2,16 zu 9 Fernsehen hat. Obwohl 2 mal 16 nicht 21 ist. Also das ist nicht ganz... Ihr wisst da, was ich meine. Einen extra breiten Monitor. Viele Spiele unterstützen das auch schon. Und da habe ich halt irgendwie Bock drauf. Und den möchte ich aber dann natürlich auch in 34 Zoll haben, damit das Bild nicht nur in die Breite geht, sondern größentechnisch sich halt auf dem Niveau hält von meinem 32 Zoll Fernseher, auf dem ich momentan immer im PC zocke. Ja, ich zocke am PC auf 32 Zoll und überlege halt schon seit zwei beziehungsweise drei Jahren ungefähr auf dem Monitor herum. Und das scheiterte... Ich scheiterte bisher daran, dass ich vor zwei Jahren, als ich gedacht habe, Monitor oder... Da wurde es die PlayStation 4. War soweit auch eine coole Entscheidung. Benutze ich natürlich nicht annähernd so oft. Obwohl im Moment... Ich glaube, ich überlege schon länger, weil die erste Konsole, die aktuelle war die Wii U. Denn das vorletzte Jahr fiel der Monitor der PlayStation 4 zum Opfer, was soweit auch in Ordnung war. Und letztes Jahr, darüber ärgere ich mich aber ein bisschen, fiel der Monitor der Xbox One, mit der ich zum Opfer, mit der ich zu Anfang auch noch Probleme hatte, weil sie nicht funktioniert, da ich sie wieder wegschicken musste und ich sie jetzt habe. Und effektiv das Einzige, was ich davon benutze, ist den Controller am PC, weil die Spiele von Microsoft nicht mehr wirklich exklusiv sind. Wenn ich wollte, könnte ich sie am PC spielen. Und auch so überhaupt so die Bandbreite an Spielen, die ich jetzt unbedingt auf der Konsole spielen müsste, recht gering ist. Die dann außerdem leistungstechnisch der PlayStation 4 bei gleichen Spielen oder beim selben Spiel immer hinterher hängt. Auf jeden Fall hätte ich mir die Xbox One theoretisch sparen können. Einfach hätte ich mir einfach den Monitor gekauft und vielleicht einen Xbox One Controller, der sehr cool ist, aber das hätte ja gereicht. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall überlege ich dann halt dieses Jahr Weihnachten, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, keine Ahnung, Reparaturen und irgendein Auto, im Haus, Waschmaschine, was so einem halt dazwischen kommen kann. Aber sollte ich mein Weihnachtsgeld wie üblich zur Verfügung haben, dann wird das wahrscheinlich in ein 34 zu 9, genau, 24 zu 9, voll, vor so ein paar Narasen, in 21 zu 9 Bildschirmen fließen. Wenn ihr da Empfehlungen habt, die nicht schweineteuer sind, im Moment, im Moment überlege ich auf einem, gucke ich schon seit Ewigkeit noch rum, auf einem LG 65, bla, was ich für die Hand, also auf jeden Fall auf einem LG, die kosten so um die 440 Euro, kriegt man auch schon für 400 Euro, also nicht so ein Hightech Acer und ein fetter Gaming Ultrawide, das ist mir zu teuer, sondern so im Rahmen 400 bis 450 Euro will ich mich da bewegen. Wenn da jemand Tipps hat, könnt ihr die natürlich gerne in die Videokommentare kloppen. Naja, wie dem auch sei. Jetzt gucken wir mal, das habe ich erwähnt, das habe ich erwähnt, das habe ich erwähnt. Ja, wir kommen jetzt schon zu Spielen und Filmen, wobei ich ja effektiv gar nicht so viel geguckt habe, aber relativ viel gespielt, jedenfalls noch so im Urlaub, jetzt am Wochenende ein bisschen effektiver, oder aktiver, wollte ich sagen. Fangen wir mal an, geguckt habe ich, also ich habe mir die Batman v Superman, den Director's Cut, vorbestellt, der ist jetzt ja schon, habe ich glaube ich schon drei Wochen hier oder so, habe ich dann aber auch schon reingeguckt und man merkt ziemlich früh, da muss man sich wundern, also es gibt ja viele, die meckern über den Film, weil der Logik Lücken hat und so und es gibt tatsächlich, der Director's Cut schließt einige Logik Lücken schon zu, ziemlich zu Beginn des Films, also es sind einige Szenen, die sie in der Kino-Fassung rausgeschnitten haben, wo man sich echt, wenn man den Director's Cut kennt, fragt, warum zum Teufel? Das sind so Szenen, die wirklich, hier passiert was, da passiert was, das dazwischen haben sie rausgeschnitten, aber das dazwischen erklärt so ein bisschen die Motivation, warum denn das danach passiert und wie kann man sowas aus dem Film rausschneiden. Wie dem auch sei, wenn ihr halbwegs Fenster von seid und immer Bock habt, den zu gucken, guckt euch den Director's Cut an, die quasi ungeschnittene Fassung und ungeschnittene, nicht in Bezug auf Brutalität, sondern auf Inhalt, kann ich nur empfehlen, das versteht man einiges wesentlich besser, aber nichtsdestotrotz ist halt das DC Universe im Moment darauf ausgelegt, nicht so kunterbunt und fröhlich zu sein wie das Marvel Universe, sondern die sind halt düsterer und mehr mit diesen die Helden hinterfragen, das was sie tun und so weiter und so fort. Ist alles in allem trotzdem ein guter Film. Keiner, den ich so oft gucken wollen würde wie vielleicht manch andere, weil er halt ein bisschen deeper ist, aber nichtsdestotrotz macht das Spaß. Ich habe sich bereut, ihn zu kaufen. Ich wusste so oder so, dass ich ihn kaufe. Dann habe ich auf eine Empfehlung von dem guten Seppi hin, haben wir Schäppi geguckt. Also vermutlich vielleicht früher oder später immer drüber gestolpert, aber nachdem ich die Empfehlung von Seppi bekommen hatte, war ich zufällig im Geschäft meines Vertrauens über die Blu-Ray gestoßen für 10 Euro und da sage ich ja nicht nein. Und Seppi ist ein Sci-Fi Zukunftsfilm, wo Roboter die Arbeit der Polizei übernehmen bzw. verstärken und derjenige, der die Roboter hergestellt hat, ein Programm entwickelt für künstliche Intelligenz und natürlich kommt es wie es kommen soll. Er verpasst dem einen Roboter eine künstliche Intelligenz, aber der Knackpunkt daran ist, dass er im kindlichen Stadium quasi anfängt und versucht alles zu lernen und sich hinterfragt, warum sind die Menschen so brutal und keine Ahnung, ich will gar nicht so viel zu erzählen, ich bin mit Hugh Jackman, Sigourney Weaver und anderen Personen, die mir jetzt persönlich nichts sagen, aber kann man sich gut angucken, ist glaube ich von dem, der District 9 gemacht hat oder District 5, nee District 9 glaube ich, ich habe bei der Paul Verhoeven gesagt, nee keine Ahnung, wie der Regisseur ist, aber auf jeden Fall ist der Film cool, ich finde ihn cool, kann man sich angucken, ist vielleicht auch demnächst auf Amazon Prime oder auf einem Portal eurer Wahl, aber ansonsten finde ich, ist 10 Euro auch bei dem Film nicht verschwendet. So und dann habe ich letztens das lange Weile mittendrin in Navy CIS Staffel 12 reingeschaltet auf Amazon Prime habe ich dann nochmal spontan in, ich glaube über die Woche verteilt, die komplette Staffel durchgesuchtet, so nach der Arbeit und so, die wurde dann so ungefähr so ab der, ich weiß nicht, wie viele Staffeln, wie viele Folgen hat so eine Staffel, 25 Folgen und ich glaube so ab der 18. war das so gefühlt so ein durchgehendes, so ein durchgängiger Handlungsstrang, der sich immer weiter zuspitzt nach oben hin und dann auch noch so einen dämlichen Cliffhanger änderte und es kam, wie es kommen sollte, natürlich gab es die 13. Staffel nicht auf Amazon Prime, da war ich dezent ein bisschen angepisst, das war wie damals bei irgendeiner Cypher-Serie da auch, da gab es die erste Staffel und die zweite Staffel und die dritte gab es nicht, da musste ich mir dann leider andere Portale suchen, um das zu gucken, weil ich will mir zwar eigentlich auch mal eine Komplettbox von Navy CIS kaufen, aber wenn die dann nie aufhören, das zu produzieren, wird das irgendwie schwer irgendwann mal eine Komplettbox zu kriegen, mal abgesehen davon, dass die Box von 1 bis 10 schon, ich glaube, 150 Euro und aufwärtskostet und ich glaube, mit Staffel 14 hört der Schauspieler, der Anthony De Noso spielt, hört, glaube ich, in der 14. Staffel auf, also ist dann weg, wenn man NCIS guckt, freundet man sich langsam damit an, dass die weibliche Hauptfigur, damit meine ich nicht Abby Schuto, sondern die, weiß nicht, sei es eine Siva oder sei es eine, wie sie alle hießen, dass die ja gefühlt alle zwei Staffeln wechseln, ich weiß, das ist übertrieben, aber wegsterben und wechseln, daran gewöhnt man sich inzwischen, aber wenn die von den männlichen Protagonisten jemanden jetzt rausschreiben müssen, weil er das nicht mehr will, und gerade wenn es Anthony De Noso ist, werde ich das glaube ich dann nicht mehr gucken. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch draußen guckt, wenn ich euch gerade im Kopf fasste, dass ich sowas schaue und das nicht weitergucke, weil eine Person ausscheidet, aber die Serie wird zwar für mich sehr viel von Gips getragen, aber halt auch von Anthony De Noso und Maggie, das sind so für mich die haupttragenden Figuren der Serie, und wenn die jetzt Anthony De Noso rausschreiben, weil er da keinen Bock mehr hat, was ja vielleicht verständlich ist, nach 13 Staffeln, das sind wohl ein paar Jahre, die da ins Land gingen, aber dann werde ich das trotzdem nicht weitergucken. Das ist wie Akte X ohne Molder und Scully. Wobei, das habe ich damals zu Ende geguckt, als sie ab der 9., nee, ab der 7. Staffel bei der ursprünglichen Akte X Serie plötzlich Molder so gut wie keine Rolle mehr spielte. Ich habe es trotzdem noch zu Ende geguckt, weil Agent Dockin eigentlich auch ganz cool war, den mag ich auch, den Patrick, Patrick, nicht Stuart, Patrick, Swayze auch nicht, ach, was weiß ich, wie der heißt, kennt ihr ja bestimmt. Naja, wie dem auch sei, das war so das, was ich so geguckt habe. Shampi, Batman, Superman, Navy CRS, genau. Dann würde ich jetzt diesen Vlog langsam, das langsam wird sich mal in Anführungszeichen abschließen, mit dem, was ich in letzter Zeit gezockt habe, weil das war relativ viel. Wer mich so verfolgt, also wer, keine Ahnung, mein Steam-Profil zockt oder überhaupt mal so durch meine Unterhaltung mitkriegt oder sich mit mir abgibt, weiß, wie so mein Spielverhalten ist und wenn ich dann erzähle, dass ich Dusex, Mankind Divided bis jetzt schon 16 Stunden gespielt habe, Dark Souls 3, jetzt glaube ich schon die 50 Stunden geknackt habe und inzwischen durch auch noch Fallout 4 angefangen habe, dass ich verhältnismäßig weit gespielt habe, auch schon wieder dann rumgemordet, natürlich, obviously, äh, ja, ob ich hier sonst noch was draufstehe, also Dark Souls 3 ist sehr intensiv, aber das spiele ich halt nicht so, wie das Leute von euch da draußen wahrscheinlich draußen tun würden, Leute von euch draußen da draußen tun würden, ihr wisst schon, was ich meine, dieses, ich bin die Einmann-Armee oder auch halt nicht und muss das alles alleine bestreiten, nein, ich habe irgendwann, bin ich dazu übergegangen, äh, tatsächlich mir fast überall Hilfe zu holen und auch gerne die Gebiete mit Hilfe durchzugehen, weil die mir die Verstecke zeigen und ich habe da trotzdem Spaß dran, weil, viel Spaß habe ich in letzter Zeit auch dann gehabt, ich bin dann irgendwann im großen Archiv angekommen und habe mir gedacht, ich habe dann irgendwann mal mit Seppi gespielt und bin dann mit ihm durchs große Archiv und hier und da, dann hatte keine Seppi keine Zeit mehr und, 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 ja, Dani war ja auch mal mit, der dann auch nicht mehr und dann habe ich mich alleine da nicht reingetraut, weil er irgendwie an jeder Ecke Gegner lauert und dann habe ich gedacht, komm, suchst du dir halt Hilfe, nie, habe ich mir Hilfe gesucht, ich glaube, nein, ich habe mich da hingestellt beim Leuchtfeuer zu meinem Anfang des Gebietes und habe mein Zeichen hingemalt und habe den anderen Leuten geholfen und dadurch habe ich quasi das Gebiet kennengelernt, ohne ein Risiko zu haben und da bin ich dann irgendwo auf den Trichter angekommen, so kannst du doch eigentlich, das Gebiet ist doch eigentlich ganz cool und du lernst das immer mehr und immer mehr kennen, du hilfst jetzt immer anderen Leuten, farmst da die Seelen mit und kannst gefahrenfrei, ja, kannst, wie gesagt, gefahrenfrei Seelen sammeln. Das ist zwar etwas zeitaufwendiger als diese Farmspots, die viele Leute in Videos immer anpreisen, aber ich fand es eigentlich ganz cool, da habe ich bestimmt locker fünf Stunden, kommt glaube ich hin, also fünf Stunden damit zugebracht, dann nur im großen Archiv immer auf und ab zu rennen, mal mit zwei Leuten, mal mit drei Leuten, mit Invasion, ohne Invasion, mit irgendwelchen fetten Viechern, die optional sind und so weiter und so fort, habe ich bestimmt auch schon fünfmal den Boss gelegt, also einmal bei mir selbst natürlich, mit Hilfe und drei, vier, fünfmal mit anderen Leuten zusammen, die sich teilweise blöd angestellt haben als ich, klar, ich kannte den ja nur noch inzwischen, aber wie nur noch sei, das ist immer noch so ein Spiel, das mich immer wieder mal fesselt, wenn ich mal Bock drauf habe, das einzuschmeißen und wahrscheinlich auch, also ich bin jetzt, soweit ich habe alle, also für die Leute, die es kennen, ich habe alle Aschen auf ihren Trönen, 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 da geboten und wurde schon zum Lagerfeuer, zum Läuftfeuer in dem dunklen Schrein hin teleportiert, aber ich muss ja jetzt noch, ich habe noch irgendwie, ich glaube vier Bosse eigentlich theoretisch noch oder drei Bosse, die ich machen muss, bevor ich zum Endboss gehe und dafür muss ich erst noch optionale Gebiete abgrasen, irgendwie ein optionales Gebiet, Lost Street Castle oder irgendwie so, bin ich der Meinung, bin ich mir gar nicht sicher, wo ich dann eine Geste erlerne, die ich brauche, um zum Dragon Pike Peak oder Drachen schießmich tot Gipfel zu kommen, da warten ja auch noch zwei Bosse, einmal der Drache an sich und der dämliche Blitzkönig oder wie der heißt da, da steht mir noch bevor, das werde ich mit Sicherheit auch mit Hilfe machen, wobei ich glaube, dieses eine optionale Gebiet, da kann ich mir keine Hilfe rufen, es sei denn, das endet halt mit dem Boss, muss ich dann mal ausprobieren, weiß ich so noch nicht, habe ich jetzt inzwischen schon eine Woche nicht mehr gespielt, weil ich halt von Dark Souls 3, was ich ja noch kurz anreißen wollte, zu Deus Ex Mankind Divided übergegangen bin und da bin ich sehr fleißig dabei, Nebenquests zu machen und auch tatsächlich mal die Umgebung ein bisschen zu erkunden und teilweise sogar Dokumente durchzulesen und hier Rechner zu hacken und da zu lesen und zu machen und zu tun und viele fragen mich ja und wie ist Deus Ex Mankind Divided so und bei Leuten, die mich kennen und die dann nur von mir eine Meinung wissen wollen, wenn ich ihnen sage, ich habe schon 16 Stunden gespielt und mache fast jede Nebenmission, vielmehr ist das schon Aussage genug, was ich von dem Spiel halte, aber ich wurde letztens noch mal erinnert, der Finchi möchte gerne noch ein Video dazu und das werde ich sicherlich auch noch vielleicht hinkriegen, wobei ich mich denn schon vom Vorwege entschuldigen muss, wenn ich ihn angezockt machen muss zu Deus Ex Mankind Divided, dann muss ich hier ja entweder muss ich am Rechner aufnehmen, wo ich das Setup ein bisschen beknackt, vielleicht klappt das ja auch oder ansonsten, wenn ich das hier spiele am Steam Link, dann muss ich das mit dem Controller und das könnte ich mich ziemlich blöd anstellen, muss ich nochmal gucken, wie ich das veranstalte. So, und was habe ich hier als drittes Spiel im Bunde? Ach ja, natürlich. Ich habe ja Fallout 4, wie gesagt, noch draufstehen, da habe ich noch nicht viele Stunden, nur acht oder was, acht Stunden, glaube ich, gespielt, vielleicht, vielleicht sind das nur sechs, fünf, auf jeden Fall habe ich da ein paar Stunden gespielt, habe da schon drin rum gemoddet, mir Klamotten und dies und wie das halt so ist, bei so einem Bethesda-Spiel, dass, wenn ich erstmal rausfinde, dass man modden kann, dann bin ich bei Fallout 4 ganz froh, dass es noch nicht so viele Mods gibt, das konnte ich mir noch nicht kaputt modden. Und ich habe dazugelernt, weil ich schon direkt von Anfang an dieses Programm, das die Load Order sortiert, benutzt habe. So, und das nächste Spiel im Bunde halt, das ist hier eigentlich irgendwo hingestellt. Soll ich jetzt mal eben aufstehen? Wir stehen mal eben auf. Oh, Teppich umgekehrt. Ich denke, wer mich kennt, wer mir auf Facebook folgt, hat es schon gesehen und wer mich kennt, wird wissen, dass ich an dem natürlich nicht vorbeikam. Ich war gar nicht wirklich hochmotiviert und ich habe auch WoW vier Tage nach Release noch nicht angefasst, was auch daran lag, dass ich frühe Frühschicht hatte, also irgendwie fünf Uhr auf der Arbeit sein musste und natürlich nachmittags dementsprechend müde bin. Aber, äh, ja, auf jeden Fall habe ich mir das gekauft und es musste dann natürlich auch wieder in der Collectors Edition sein, wobei die eigentlich ziemlich sinnfrei ist, weil ich echt nur den Code eingelöst habe. Aber muss man sagen, ich habe es noch nicht ausgepackt, aber das Buch sieht halt schon ziemlich geil aus. Wahrscheinlich sind die Artbox auch cool. Natürlich wieder ein Mauspad mit Illidan und, äh, naja, Suhl hätte ich beinahe gesagt, wie heißt denn der noch? Na, school, nein, keine Ahnung, ihr wisst schon, ihr kennt das ja. Da haben wir natürlich hier wieder den Soundtrack drin, das soll ja eigentlich gar kein Unboxing werden, mit immerhin 18 Tracks. Die damaligen Soundtracks habe ich ab und zu mal ins Auto mitgenommen. Und dann haben wir hier natürlich die Spiel-DVD habe ich nie rausgenommen, sondern nur den Code eingelöst und eine Making-of DVD, tatsächlich DVD. Ich bin der Mann, die haben irgendwie mal Blu-ray zugepackt. Aber wie dem auch sei, die Collectors-Box habe ich quasi nur zur Vervollständigung der Sammlung gekauft und das Spiel halt. Und ich bin jetzt 102,5 oder so. Zu Anfang war ich schon am Fluchen, weil mich da fast alles aus den Latschen gekloppt hat und das kannte ich so als Krieger nicht. Die haben wieder die ganzen Klassen umgekrempelt, was natürlich im ersten Moment erstmal sauer aufstößt. So, dann haben sie jetzt die Artefaktwaffen und ach, keine Ahnung, wenn jetzt irgendjemand bis hierhin geguckt hat und tatsächlich schreit, ey, mach mal einen Ersteindruck zu World of Warcraft Legion, dann muss ich das jetzt irgendwie so ausbreiten, dann kennt ihr das ja in den Videokommentaren. Und wie auch sonst immer, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, könnt ihr das gerne in den Videokommentaren kloppen. Ich habe hier laut Handy schon wieder 20, nein, 30 Minuten auf der Uhr. Das sollte für einen Vialog auch reichen. Das ist ja von der Länge her echt fast schon Monatsrückblick. Und das sollte es eigentlich nicht werden. Jedenfalls soll es das so erstmal gewesen sein. Weil wenn ich mich jetzt wieder erst lange stumm hier hinsetze und überlege, was ich noch zu erzählen hätte, macht es keinen Sinn. Ich habe Notizen gemacht, die habe ich abgearbeitet. Zu allem, was ich erwähnt habe, dürft ihr gerne in der Videobeschreibung euren Senf, in der Videobeschreibung, genau, in den Videokommentaren euren Senf abgeben. Aber wenn jede Menge Senf sich angefunden hat, dann möchte ich gefälligst auch Würstchen. Am besten Bratwurst, Thüringer oder so. Und ansonsten wisst ihr, was ihr so auf YouTube machen könnt, wenn ihr euren Lieblings-Youtuber unterstützen wollt. 100 Euro im Monat spenden, Tankgutscheine, Koks, Nutten und draußen legt gerade scheiß Wetter los. Aber ich glaube, das hört man mit meinem Mikro nicht, glücklicherweise. Hoffe ich. Naja, Video Maasai. An dieser Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen oder Zuhören, je nachdem, wie ihr das Video konsumiert. Das frage ich jedes Mal. Und nie sagt mir jemand, wie ihr das Video konsumiert. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Hört ihr Vlogs immer nur oder guckt ihr tatsächlich? Weil ich überlege, manchmal tatsächlich auch bei Vlogs irgendwas noch einzublenden. Zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, hier die Tromperat, da nochmal rauf filmen, das einblenden hier Collector's Edition Gameplay oder was über das, was ich spreche. Aber das macht meiner Ansicht nach bei einem 30-minütigen Vlog keinen Sinn, weil die meisten sagen, ich höre es nur beim Abwaschen, beim Wechseln, beim Haareschneiden, beim Bungee Jumping, wie auch immer. Naja, ich wollte mich eigentlich schon verabschieden. Ich habe schon für die Aufmerksamkeit bedankt und dieses ganze Tralalalalala. Deswegen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Video oder irgendwie sowas.